Es ist völlig klar, die hohen Kosten für Pflegebedürftige sind ein Riesenproblem. Dass Menschen, die pflegebedürftig sind, die eigenen Pflegekosten nicht aufbringen können, in die Armut fallen und auch oft die Verwandten überfordert sind, diese hohen Kosten zu tragen, ist völlig klar. Dass Herr Spahn jetzt eine Debatte beginnen will, dafür ist es höchste Zeit. Man fragt sich nur, warum beginnen wir jetzt mit der Debatte und nicht mit ganz konkreten Schritten, die dem Problem abhäfen. Einige Vorschläge, die er gemacht hat, sind ein guter Einstieg, aber die Schritte greifen zu kurz. Natürlich sind 700 Euro Eigenbeteiligung für viele Menschen immer noch viel zu hoch. Sie können das mit einer Rente, mit der gesetzlichen Rente von durchschnittlich knapp über 500 Euro bei den Frauen gar nicht bezahlen. Das müsste aber eigentlich die Grundvoraussetzung dafür sein. Auch die Finanzierung ist etwas unklar mit staatlichen Zuschüssen. Ich frage mich, warum geht man nicht den richtigen Schritt und sagt, man macht eine Pflegevollversicherung, die die Kosten übernimmt. Damit wäre im Übrigen auch das Problem der SPD gelöst. Die sagt, es gibt unterschiedliche Einkommenshöhen. Die Frage der unterschiedlichen Einkommenshöhen könnte man lösen, indem man tatsächlich alle Einkommensarten heranzieht bei der Finanzierung des Gesundheits- und Pflegesystems. Was ich positiv finde und ausdrücklich mal loben muss bei Spahn, ist, dass er sagt, wir brauchen eine bessere Bezahlung für die Altenpflegerinnen und für die Arbeitskräfte in der Pflege. Und dass er sagt, okay, wir brauchen einen Tarifvertrag für alle und wer diesen Tarifvertrag nicht einhält, kriegt die staatlichen Zuschüsse nicht und die staatlichen Hilfen nicht. Das wäre natürlich wirklich ein Druckmittel für die Pflegeeinrichtungen, sich an Tarifverträge zu halten und die Pflegekräfte besser zu bezahlen. Man fragt sich nur, warum wird es nicht schon längst gemacht? Warum wird nicht ein Pflegemindestlohn erhoben, sodass wir einen Einstieg bei 14, 15 Euro hätten für die Pflegekräfte? Und warum wird nicht eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages erklärt? Das hätte schon längst geschehen müssen, dringend. Also die richtigen Schritte diskutieren ist das eine. Sie müssen aber dann auch wirklich ergreifen und das andere ist das Handeln. Und beim Handeln gibt es wirklich Handlungsbedarf. Anders kann man es nicht sagen. Also wir haben nicht mehr ewig Zeit, die Dinge zu lösen. Ich will ein zweites Problem ansprechen, das wirklich richtig groß wird. In den letzten Monaten kann man jeden Tag im Wirtschaftsteil lesen, dass Standorte in der Zuliefererindustrie geschlossen werden, dass massenhaft in der Automobilindustrie Arbeitsplätze abgebaut werden. Das geht auch über in andere Branchen, schon in Maschinenbau, in viele andere Bereiche, in die Chemieindustrie. Und betrifft nach Aussagen der IG Metall jetzt schon fast 200.000 Arbeitsplätze, die angekündigt wegfallen sollen. Und was ein besonderer Skandal ist, dass im Rahmen der Corona-Hilfen ja viele Betriebe staatliche Unterstützung bekommen haben. Zum Teil sogar gerettet wurden, aber ihre Standorte schließen und in billigere Länder, insbesondere nach Osteuropa verlagern. Und da sind wir der Meinung, dass Unternehmen, die staatliche Hilfen bekommen oder bekommen haben, ihre Standorte nicht verlagern dürfen, um Lohnkosten zu sparen. Darum geht es ja. Wenn Betriebe durch staatliche Unterstützung geholfen wird oder sie sogar gerettet werden, müssen sie diese Gelder unserer Ansicht nach zurückzahlen an den Staat. Und für die Zukunft darf der Staat keine Gelder mehr geben, ohne dass er klare Bedingungen stellt an Standorte, an Arbeitsplätze. Es dürfen eben nicht Standorte einfach verlagert werden oder Massenentlassungen vorgenommen werden. Das ist eine klare politische Aufgabe, der sich die Bundesregierung stellen muss. Es kann vielleicht eine Einschränkung geben, dass man sagt, es müssen Regelungen mit den Betriebsräten getroffen werden. Manchmal ist ja auch so, dass da neue Arbeit angesiedelt wird. Aber der Betriebsrat muss hier ein klares Veto haben, dass Standorte, die über 30, 40 Jahre von den Belegschaften aufgebaut werden, nicht mit einem Federstrich der Manager geschlossen werden können, verlagert werden können und dann Tausende und Zehntausende von Menschen erwerbslos werden und ihre Familien in Existenznot bekommen. Da ist dringender Handlungsbedarf. Ich fürchte, da steht uns eine wirkliche Welle von Arbeitsplatzvernichtung erst noch bevor. Und wir erleben die jetzt im industriellen Bereich und werden die aber auch im Handel und in anderen Branchen im Spätherbst erleben. Da wird eine Insolvenzwelle auf uns zukommen und Zehntausende oder gar Hunderttausende von Arbeitsplätzen werden betroffen sein. Und man darf jetzt nicht denken, das hat alles nur was mit Corona zu tun oder mit der Pandemie. Nein, natürlich in der Industrie steht uns eh ein großer Umbau bevor, eine große Transformation. Auch dort wird nur halbherzig rangegangen. Wir brauchen praktisch mehr Gelder in ÖPNV. Wir brauchen mehr Unterstützung, industrielle Transformationsfonds für den Umbau insbesondere der kleinen und mittleren Betriebe, die selber gar nicht kapitalkräftig genug sind. Und wir brauchen ganz entschiedene Schritte, die nötige Umschulung und Weiterbildung der Beschäftigten vorzunehmen. All das muss dringend getan werden, aber wie gesagt, der erste Schritt wäre mal klare Bedingungen aufzustellen und nicht einfach Gelder zu geben und hinterher sind die Arbeitsplätze weg. Das geht nicht. Ein wichtiges Thema heute wird im Verteidigungsausschuss über die Bewaffnung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen gesprochen. Nachdem Landminen und Giftgas verboten sind, sollen nun also Kampfdrohnen angeschafft werden. Für mich völlig unverständlich. Und Sie mögen sich fragen, warum vergleicht er hier Giftgas, Landminen und Kampfdrohnen? Aber Giftgas und Landminen wurden verboten, weil sie eben furchtbaren Schaden anrichten, massenhaft Menschen töten und für enorme Opfer bei der Zivilbevölkerung sorgen. Aber das Gleiche gilt eben auch für Kampfdrohnen. Auch dort können wir beobachten, in Afghanistan, im Jemen oder in Pakistan, überall wo Kampfdrohnen eingesetzt wurden, gab es zahlreiche Todesopfer bei der Zivilbevölkerung. Und auch die Überlebenden werden vielfach traumatisiert. Und Raketen, die Wohnhäuser in Krater verwandeln, als Präzisionswaffen zu bezeichnen, gehört zu den dreistesten Lügen, die die Militärs verbreiten. Das ist eine Wortwahl, die wir nicht übernehmen sollten. Zudem ist bekannt, dass das Töten von Menschen vom Computerarbeitsplatz aus, wie bei einem Computerspiel, die Schwelle erheblich senkt. Das sind alles Gründe, warum wir sagen, diese Waffen müssen international verboten und geächtet werden. Und auf keinen Fall darf die Bundeswehr Kampfdrohnen anschaffen. Zu einem weiteren aktuellen Thema, zu den hohen Corona-Zahlen, insbesondere in Berlin. Heute spreche ich ja von einem Risikogebiet aus. Drei zentrale Bezirke von Berlin haben die Schwelle von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen pro Woche überschritten. Das ist eine ernstzunehmende und auch international anerkannte Marke, das wissen wir. Die Gefahr erneuter Einschränkungen ist akut. Und natürlich geht es hier nicht nur um Berlin, sondern die Zahlen steigen insgesamt. Der sogenannte R-Wert ist über eine Person pro Ansteckung gestiegen. Also wir müssen dringend handeln. Und das ist ja auch klar, dass mit kühler werdendem Wetter und nachlassender Disziplin, gerade auch in der trubbeligen Metropole Berlin, die Infektionszahlen steigen, ist nicht gerade überraschend. Auch die Gefahr, dass sie insgesamt steigen, mag nicht überraschend. Aber überraschend mag doch, wie wenig die Bundesregierung in Wirklichkeit unternimmt, um vorausschauend dem Corona-Winter zu begegnen. Die Linke hat eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Verbesserungen für die Pflegekräfte, weil völlig klar, wenn die Zahlen steigen, kommt wieder die Pflege unter Druck und die Krankenhäuser. Wir brauchen einen Digitalisierungsschub für die Schulen. Und die Geschwindigkeit, in der das vorangeht, ist für ein hochentwickelndes Industrieland wirklich eine Schande. Und wir brauchen insbesondere eine Ausweitung der Testkapazitäten. Vor allem die antigenbasierten Schnelltests könnten eine große Hilfe beim schnellen Finden von infektiösen Personen sein. Und ich verstehe nicht, warum das laufend verschoben wird, warum man das nicht massenhaft macht und es viel, viel leichter ist. Weil das ist eine ernsthafte Alternative zur Quarantäne und zu einem erneuten Lockdown. Das alles könnte und müsste dringend jetzt getan werden. Und wir werden keine Ruhe geben und unsere Vorschläge die ganze Zeit massiv einbringen. Letzter Punkt zum antisemitischen Angriff am Sonntag in Hamburg. Der Angriff auf ein Mitglied der jüdischen Gemeinde bei einer Feier in der Synagoge am Sonntag ist ein erschütterndes Ereignis. Es weist uns darauf hin, dass der Antisemitismus wieder wächst und immer öfter auch Gewaltbereitschaft ausstrahlt. Ich erinnere auch an den Angriff auf die Synagoge in Halle im vergangenen Jahr. Alle Teile der Gesellschaft müssen sich dem unmissverständlich entgegenstellen. Es darf keine Verharmlosung antisemitischer Gewalt geben. Dazu gehört auch, jüdische Einrichtungen besser zu schützen und antisemitische Angriffe unmissverständlich zu benennen. Und was mir besonders wichtig ist, die dauerhaft finanzielle Absicherung von Projekten, die sich gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus richten. Es ist kein Zustand, wenn in Sonntagsreden gesagt wird, wir sind alle gegen Rassismus und Antisemitismus, aber die zivilen Organisationen, die vielen Verbände, die vielen Einrichtungen, die im Alltag sich dagegen arrangieren, müssen sich Sorgen um ihre Finanzierung machen und ob sie ihre Projekte überhaupt noch in der Zukunft weiterführen können. Da muss Reden und Handeln endlich zusammenkommen. Jetzt ist Zeit für Fragen. Eine Frage ist bereits per SMS geschickt worden von Herrn Schneider vom ARD Hauptstadtstudio zum Thema der Pflegereform. Es geht noch mal zum ersten Thema ein bisschen detaillierter. Generell, was halten Sie von dem Vorschlag? 6 Milliarden will Spahn für die Entlastung von Angehörigen und Verbesserung der Bezahlung ausgeben. Wo kann das Geld angesichts knapper Kassen herkommen? Und maximal 700 Euro Eigenanteil in den ersten 36 Monaten der Pflege, beantwortet Spahn mit dieser Deckelung die wichtigste Frage der Angehörigen. Was Spahn jetzt vorgeschlagen hat oder in die Debatte eingebracht hat, ist in der Sache ein richtiger Schritt. Er greift jedoch zu kurz. 700 Euro sind immer noch zu hoch, für viele Menschen nicht stemmbar. Deswegen sagen wir ja, wir müssen eine Pflegevollversicherung machen, wo eigentlich alle Kosten übernommen werden. Die Finanzierungsfrage hat Spahn so beantwortet, dass er gesagt hat, wir wollen das mit einem entsprechenden staatlichen Zuschuss erledigen. Also mit einer weiteren Aufnahme von Mitteln oder mit einem Milliardenzuschuss von 5, 6 Milliarden. Das ist natürlich nicht nachhaltig. Nachhaltiger wäre, die Gesundheitsversorgung und die Pflegeversicherung neu zu regulieren. Und wie gesagt, in Richtung einer Pflegevollversicherung zu gehen. Damit wäre auch die Finanzierung gesichert. Damit wäre im Übrigen auch der soziale Ausgleich gewährleistet, den die SPD jetzt einfordert. Das würde ich nicht machen bei der Einkommensprüfung, bei den Zuschüssen, sondern würde ich machen bei der Bezahlung der Sätze für die Pflegevollversicherung und für die Gesundheitsversorgung. Was ich sehr befürworte, ist die bessere Bezahlung der Pflegekräfte und der Beschäftigten. Er hat aber leider keinen Betrag genannt. Ich bleibe mal dabei, wir brauchen 500 Euro mehr im Monat als höheren Grundlohn. Und was richtig ist, dass er praktisch einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag will und sagt, die Pflegeheime kriegen keine Zuschüsse, die sich nicht an den Tarifvertrag halten. Das finde ich einen ganz richtigen Ansatz. Der könnte aber längst schon praktiziert werden, indem man sagt, wir machen einen höheren Pflegemindestlohn, wo wir praktisch mit 14 Euro einsteigen und wir erklären jetzt schon den Tarifvertrag, den es hoffentlich bald gibt, für allgemein verbindlich. Ich glaube, die Schritte stehen aber nicht im Widerspruch. Die könnte man alle gleichzeitig gehen. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt nicht mit einer Debatte getan wird. Das ist ja durchschaubar, dass man vor Eintritt in das Bundestagswahljahr 2021 jetzt mit vielen Vorschlägen aufwartet, sondern das Problem in der Pflege ist so drängend, dass jetzt unmittelbar gehandelt werden muss. Dann gibt es zwei Fragen von Herrn Bochow von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft zu zwei verschiedenen Themen. Erstens, wie beurteilen Sie die Haltung der SPD beim Thema bewaffnete Drohnen? Und zweitens, die Corona-Zahlen steigen, kann der Parteitag wie geplant stattfinden? Bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr darf es nicht geben. Das muss grundsätzlich abgelehnt werden. Und auch die SPD ist gut beraten, wenn sie das machen würde. Und was war die zweite Frage? Ob der Parteitag trotz steigender Corona-Zahlen stattfinden kann? Ja, ich hoffe doch, dass der Parteitag stattfinden kann. Aber wir sind natürlich heute auch zusammengehockt in unserer engeren Führungsrunde und haben nochmal die Zahlen angeguckt und haben eine gewisse Besorgnis, was wirklich passiert. Ich hoffe, dass die Zahlen zurückgehen und nicht weiter steigen. Und wir haben aber natürlich einen Plan B und einen Plan C auch gemacht. Der Plan B wäre eben dann ein verkürzter Parteitag, wo wir insbesondere die Wahlen stattfinden lassen. Das hätte für uns absolute Priorität, dass wir das hinbekommen. Wenn alle Stricke reißen, müssen wir uns natürlich auch überlegen, den Parteitag zu verschieben. Kriegen dann aber ein Riesenproblem mit dem Parteiengesetz, das dann unbedingt geändert werden müsste. Das trifft ja nicht nur uns, sondern auch die CDU. Wir sind zwingend nach dem jetzigen Parteiengesetz angewiesen, praktisch einen Parteitag zu machen und auch die Wahlen zu machen. Wir gehen davon aus, also unser Hygienekonzept ist sehr gut, erfüllt die Voraussetzungen. Wir lassen auch wenig Leute zu, die über die Delegierten hinaus auf den Parteitag kommen können. Alles, was sonst immer gemacht wird, großzügig mit Gästen, mit Gastrednern, mit internationalen Teilnehmerinnen, all das können wir nicht machen. Aber wie gesagt, wir wären alle froh. Also weil es dann doch so ist, wenn man schon mal jetzt angekündigt hat, man wird nicht mehr kandidieren, man braucht eine neue Führung. Und das zögert sich ewig hinaus. Das ist natürlich kein befriedigender Zustand. Und von daher werden wir sehr erleichtert, wenn dieser Parteitag stattfinden kann. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.